Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Frau Staatssekretärin! Reden wir über aktuelle Probleme. Die Inflation hat einen Stand von 5,3 Prozent erreicht. Das ist der höchste Wert seit knapp drei Jahrzehnten. Die Energiepreise gehen durch die Decke. Das Heizen wird für immer mehr Menschen zum Luxus. Diesel war am Montag so teuer wie nie zuvor in der Nachkriegsgeschichte. Pennlern geht im wahrsten Sinne des Wortes der Sprit aus. Die Nahrungsmittelpreise sind um 6 Prozent gestiegen. Die Schlangen an den Tafeln werden immer länger. Das Einzige, was von der Bundesregierung dazu zu hören ist, ist Cem Özdemir, der fordert, die Preise für Lebensmittel zu erhöhen. Was braucht es noch, um zu erkennen, dass dieses Land von einer gesättigten Elite regiert wird, die sich vom Volk vollkommen abgekoppelt hat? Dass es anders geht, zeigt ein Blick ins Ausland. Frankreich hat die Strom- und Gaspreise gedeckelt und Energieschecks für 6 Millionen Haushalte eingeführt. Ungarn hat reagiert, Österreich hat reagiert, Polen hat reagiert. Dort gibt es eine Kraftstoffsteuersenkung auf Null und Lebensmittelhilfen für die ärmsten Familien. Und Deutschland? Bis heute hat die Bundesregierung keine einzige Maßnahme ergriffen. Ihr war es viel wichtiger, einen Queer-Beauftragten zu benennen, der die Interessen der Transsexuellen vertritt. Und Sie, meine Damen und Herren, von den Altparteien streiten sich wie in der Vorschule um die Sitzordnung. Was für eine Peinlichkeit! Meine Damen und Herren, peinlich ist auch der Umgang mit einer zentralen Gerechtigkeitsfrage in Deutschland. Die durchschnittliche Rente von Frauen mit drei Kindern liegt bei 751 Euro. Ein arbeitsloser Afghane, der nie einen Cent in unser Sozialsystem einbezahlt hat, hat einen Anspruch nehmen wir Hamburg von 944 Euro Sozialhilfe. 200 Euro mehr als eine Frau, die eine Lebensleistung erbracht hat, die das Land aufgebaut hat, die Steuern gezahlt hat und die für zukünftige Beitragszahler gesorgt hat. Das ist eine Schande für die Politik. Es ist eine Schande für Regierungen, die über viele Jahre und Jahrzehnte den Wählern soziale Gerechtigkeit versprochen haben. Rund 40 Prozent aller Hartz-IV-Empfänger sind Ausländer. Fast 40 Prozent aller in Deutschland lebenden Kinder leben in Hartz-IV-Familien. 40 Prozent! Der Anstieg von Armut in unserem Land ist fast vollständig die Folge der Zuwanderung. Nehmen Sie diese Realität zur Kenntnis. Die Politik der offenen Grenzen ist ein Angriff auf unseren Sozialstaat. Sie lernen nichts. Sie machen immer weiter. Noch mehr Zuwanderung, noch mehr höhere Sozialleistungen, Wegfall von Sanktionen. Das alles kann nicht die Lösung sein. Diese Geldgeschenke sind ein riesengroßer Pullfaktor, um weitere Armutsmigranten nach Deutschland zu locken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Steuergeld, das Sie benötigen, um Armutsmigranten zu finanzieren, fällt nicht vom Himmel, sondern es wird erwirtschaftet von Millionen Normalverdienern, die tagtäglich hart arbeiten gehen. Und die sollten Sie mal in den Blick nehmen. Sie nehmen diese Normalverdiener aber nicht in den Blick. Sie schröpfen sie einfach weiter. Statt Maßnahmen hier gegen die Inflation anzubieten, ziehen Sie ihnen noch mehr Geld aus der Tasche, um ihre Weltrettungsfantasien zu finanzieren. Und im Alter lassen Sie die Leute in Armut zurück. Was für ein Trauerspiel! Meine Damen und Herren, so kann es nicht weitergehen. Folgen Sie dem Beispiel Dänemarks, das geführt wird von einer sozialdemokratischen Regierung. Stoppen Sie die Armutsmigranten und machen Sie endlich Sozialpolitik fürs eigene Volk. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie gern fragen, ob noch ein Mitglied des Hauses von für dieríten und viele Alltag in der comingen Weltraubung und sehen Sie von der qualitete Abdeckung ab dem Handeln. Jetzt nach